Was halten Sie denn in dem Zusammenhang von der Forderung des BWP, die Stromsteuer abzuschaffen? Das ist unsere Forderung, weil Stromsteuer hat keine Lenkungswirkung. Das ist wie gesagt so ein Inkassosystem. Wir haben uns mal die Zahlen geben lassen. Das sind, wenn man das total senkt, aber da haben wir die Brüsseler Grenzen, das heißt man muss also auch in Brüssel nachfragen, sollte man das total auf Null setzen, was ich für gut hielte, würden das ungefähr 7 Milliarden sein in Deutschland. Man muss jetzt sehen, wie das gelingt, da muss man miteinander reden, aber ich bin dafür oder wir sind dafür, die Stromsteuer abzuschaffen.